hallo neue YouTube-Kanal was jetzt los mit dem kann doch noch keine YouTube-Videos mit dem Kampfschirm YouTube-Videos hä mit dem Kampfschirm YouTube-Videos welche denn es ist unser lieber Daniel Schirnfeld aus Tanto dabei ist ein den das angeht weswegen auch eigentlich der Hauptgrund ist das Video kommt die liebe Küschbiri ja so ihr seht ja wir machen wieder mal ganz professionell Minecraft 1 2 3 4 5 6 7 7 Ausrufezeichen das steht hier auf meinem Kanal hey auf meinem Kanal gibt es Videos ohne 1080p ok finde ich gut Montag Let's Play Minecraft Staffel 1 Dienstag Bad Wars Mittwoch Let's Play Minecraft Staffel 2 äh Staffel 1 Donnerstag Skywars Freitag Let's Play Minecraft Staffel 1 Samstag Top 5 Sonntag I make you pack so wir fangen mal an da hat sich aufrufe vor vier tagen also aktiv ist er das erstmal das liken so erst mal hier wir gucken mal Linken 9 von Steffen sieht man das jetzt nein ok sieht man nicht dann äh da genau jetzt dürfte man es sehen jetzt sieht man es lädt ein Kanal mit kein Videos dann ist auch komisch irgendwie habe ich die Vermutung dass er es selbst ist aber kann er sein dass er einfach so mit denen aufnehmen wollte ja lassen wir mal dabei ja können zusammen aufnehmen ja können wir schreib mir deinen Skype Namen hast du MC gekauft ja ok was soll ich dir jetzt geben Skype ja ja und mehr wurden nie geschrieben und alles vor 8 Stunden wir haben direkt geantwortet Zufall ich denke nicht Daniel Spendschule ahaha deswegen hat er so viel Zeit so dann ein FloFifa warum warum habe ich das gemacht ich war es nicht mal da bin ich hier der Account auch nix cooles Video FloFifa danke nice fake du Freund sowas was hat er denn hier ein Gamer werden Linke neuntab öffnen boah ist nur er ich dachte jetzt da wird man wirklich Gamer Twitter hehehe oh bei Twitter anmelden Facebook und und Facebook jetzt bitte alle auf seine Seite gehen und den haten was ich hab auch Facebook ich hab Facebook du hast Facebook du hast Facebook Digga ich hab Facebook Digga du bist aktiv seit wann das ich mein natürlich wusste ich das Infos kein Arbeitsplatz kein ok irgendwie gar nix ich heiß FloFifa Facebook seit wann hab ich Facebook FloFifa Dirk warum Dirk für mich ich hab Facebook Digga ich 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 lerne mich selber kennen Digga so er postet hier seine eigenen Videos ja ok macht jeder YouTuber der Facebook hat so und 10 Likes merkt euch die Zahl 10 Likes gut in Ordnung jetzt Part 1 warte kurz warte kurz Hallo Leute und seid herzlich willkommen zu Seine schlechte Stimme hat sich immer noch nicht verändert das ist ja verlinkt nice oh ist das diesmal ein echter dass ich diesmal noch nicht noch so einen neuen Tab öffnen gut ein echter Mensch mit 800 Abonnenten ich mags auch immer wenn mir Leute mit mehreren Abonnenten schreiben wie mein größter waren ja 2000 YouTube Videos legal download ist das Video runtergenommen worden? ich glaub das ist ein Video von Ihnen wurde runtergenommen warum? das von dir weil ich das nicht mehr finde warte im Suchen Videos legal downloaden der YouTube Download wollen wir jetzt mal nicht drauf gehen oh das sind nur 8 Likes ok erstaunlich mein Aufnahmprogramm er nutzt Bandicam auch 10 Likes im Zufall kostenlos abonnieren oh wir wollen ihn logischerweise kostenlos abonnieren nicht ey wir abonnieren die Netze um mit der abonnieren zu können easy eins hier für die Aufnahme gut und mein erstes Video das glaub ich hab mir sogar schon mal gezeigt äh äh ja gut das Video fand ich gut auf jeden Fall weiter so mit YouTube wäre nett wenn du mir auch was in die Kommentare schreibst der klassische Typ der kein Abonnenten so bekommt und deswegen schreibt ich find dich gut guck mal bei mir vorbei hey gutes Video mach bitte weiter so hab dich mal unterstützt Abo plus Like falls du Minecraft Fan bist nochmal Werbung mal gucken ob wir den ersten finden alle Spiele hey für deine echt coolen Videos bekommst du einen verdienten Like bei Langeweile oder für Kanal Ideen kannst du jederzeit auch mal bei mir vorbeischauen dritte Werbung also so langsam sieht ja gut aus Hallöchen ich geb dir ein kleinen Feedback hoffentlich kannst du wirst du damit etwas anfangen leider kein Ton die Bild Quali ist schlecht Beschreibung in Ordnung der Videotitel hat alles nötige drin alles in alles blablabla es wäre wahnsinn nett wenn du dir Zeit nehmen könntest und bei mir vorbeischaust ok der nächste Werbung echt unterhaltsam muss ich sagen oh einmal nicht Werbung nice so langsam wird er gut hi cooles Video du hast was cooles an dir ich werde so gut wie ich kann deine Videos schauen Abo hast du von mit F mir wäre nice wenn du auch meine Videos schauen würdest und mich auch abonnieren würdest nochmal Werbung nice hey du hast gerade mit YouTube angefangen in Minecraft er hofft bald mein Server oh jemand macht seinen eigenen Server nice also eigentlich hat er einen Kommentar ohne Werbung was ich immer gut finde und hat das Video runter genommen das hätte ich eh nicht gemacht trotzdem hat er das Video runter genommen so jetzt das nächste Problem ja da sieht man es auch was ich als YouTuber oder beziehungsweise als kleinere YouTuber scheiße finde dass man sieht was man alles abonniert hat ich würde niemals mit meinem Hauptaccount seht ihr auch ich habe drei Leute abonniert so und hier er hat aha aha ah er hat sogar KKK11 abonniert ja Goa Gamer wer ist das denn Wahrheit oder Pflicht okay finde ich gut gut man sieht hier schön was er abonniert hat jo das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen also ihr seht ja er ist sehr aktiv er dachte sich auch jemanden zu haten ihr lieben Leon wollte er haten das kann ich ihm mal zeigen wir gehen mal auf seinen Kanal Kühlschbeere abonniert den Kanal Kühlschbeere abonniert ihn jetzt macht's nicht es kommt bald ein neuer so da wir gehen mal auf das Video mein Tess kurze Frage darf ich das Video nutzen macht's auch gut so und Scheiße einfach Scheiße finde ich mal gut dass er Hatedop dass er ein Hate Video gemacht hat und dafür sein sein genau was ich jetzt noch zeigen hier nochmal nur kurz als Anmerkung hier sind die ganzen anderen Hate Videos und nochmal kurze Wii Info Daniel Schönfeld Tanto Brandenburg schaut jetzt vorbei fahrt zu ihm wie er aussieht wer es vergessen hat das Video das Video ist noch gar nicht in der Playlist das kommt nachher noch in die Playlist schaut es euch jetzt an dann würde ich sagen ne da darf ich nicht rauf dann würde ich sagen war's das für die Folge haut rein lasst nen Like da Hated Daniel Link unten in der Videobeschreibung und tschau sag Tschüss 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 die cool des Turn zum auf �� coughing ch я